Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Runde Fortnite Season, ne Kapitel 2 Season 1. So, ja, ich weiß, ich drück schon mal auf Spielen, lange kam jetzt nichts, es war, wie soll ich sagen, ich hatte Geburtstag, ähm, vor, was haben wir heute, ja, vor anderthalb Wochen hatte ich da auch ein bisschen Urlaub, ich war auch in Berlin zum Konzert von Sido und, äh, wie gesagt, danach hatte ich vielleicht Geburtstag, äh, dann ein bisschen Urlaub, dann, ja, natürlich kam die ganze Familie und man hatte immer noch ein bisschen was zu tun, wenn man halt Geburtstag hat, dann kam natürlich Pokémon, Schild und Schwert noch dazwischen, äh, was man natürlich gesuchtet hat, bis zum Umfallen, äh, wo ich jetzt nur noch dabei bin, meinen Pokédex zu vervollständigen, ja, und da war, sag ich jetzt mal, Zeit und Motivation, was anderes zu spielen als Pokémon, äh, nicht so da, ich hab jetzt, ich seh jetzt gerade, ich hab gar keinen, nicht gar, äh, äh, da, 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 äh, ich hab gar nicht den Skin geändert, aber macht er nix. Eigentlich, äh, mein Lieblings, äh, Skin bleibt immer noch der Himalaya-Boy. Okay, wir gehen jetzt gleich in die Map. Okay, er fliegt da lang. Wir müssen eigentlich noch hier hin. So, erst mal B. Okay, wo ist unser Ziel? So, wir müssen auf jeden Fall noch da runter. Auch wenn auch viele mit runtergehen, aber es ist mir scheißegal. Weil ich muss da noch hin. Irgendjetzt können wir auch da in die City. Und dann kommen wir zu weit weg. Da wäre er schon hin. Was für eine Hure. Okay, wir gehen mal da runter. Ah, guckt mal. Hier kommt doch keiner mit, oder? Nee. So, wir gehen mal hier hin. Auch wenn wir hier schon waren, scheinbar. Aber hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Hey. Ist die hier hinter? Ah ja, da unten. Ich kann erst mal alles mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren kurz. Ah ja. Ähm, mhm, 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 mhm. Ich mach die Scheiße weg. Nein. Ach. Ja, okay. Und dann sind wir eben so. So. Hopp. So, ist hier jetzt noch was? Irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Achso, hier kann man sich verstecken. Okay. So, das nehmen wir mal noch mit. Ansonsten haben wir nicht so viel gefunden. Hm. Ah ja, da ist noch eine Kiste. So, was haben wir hier? Wir haben ja einmal... Munition. Munition. Ah ja. Okay, wir haben eine Angel. Ist schon mal gut. So, dann nehmen wir die hier mit. So, wir gehen aber noch in die Hütte hier. Hey. Kann ich da nicht hochspringen? Aber springen wir nix. Hehe. Ah. Oh, ich hör's. Ich hör's. So. Okay, da nehmen wir auf jeden Fall mal die Mötchen. So, die Angel machen wir mal hier hin. So, wo müssen wir... Oh, wir müssen aber weit. Und los. Könnte man nicht mal hier diesen Turbo machen? Geht das nicht mehr, oder was? Hm. Ist ja belastend. Da ist auf jeden Fall eine Schoddy. Die nehme ich mit. Ach, man muss sprinten. Ja, das stimmt. Hehe. Erzähl's mal bitte keinem. So, hier haben wir noch Muni. Irgendwas. Nee. Okay, ich glaub, wir müssen tatsächlich das Boot nehmen. Sonst kommen wir da einfach nicht mehr... So. Einmal Boost. Los. Jawoll. Piss dich. So ein Ding ist das, nehme ich. So. Au. Au. Okay, da hatten wir alles mal mit. So. Jetzt laufen wir aber mal. Finkt ihr das? Nix. Naja. Hopp. Dann hab ich mich aber auch angestellt, ey. Warten wir mal noch mit. Mein Gott. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Mein Gott, hab ich mich wieder angestellt. Jeder letzte voll pleppo. So. Da ist noch ne Kiste. Nehmen wir noch mit. Ne. Na, egal. Ne Falle, die machen wir mit. Na ja, da drüben ist noch einer. Zeig dich noch mal. Ich glaub, der Looter, der tut uns erstmal nichts. Wenn wir einfach weiter, weiter gehen. Dann sind wir auch cool mit ihm, glaub ich. Ja. Okay. Puh. 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 Ich hab manchmal das Gefühl, Schritte zu hören, obwohl da gar keine sind, ne? Ich würde trotzdem nur mal gern gucken. Oh ja, das kommt von da. Okay, wir sind hier auch ziemlich. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Nein. Mutti. Warte. 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 Aui. Ne. Hör doch auf. Ihr Huren. Ah. Mann, wie ihr dann auch Auge macht. Oh, wo ist meine Maus? Zurück zur Lobby. Mann, scheiße. Okay, was haben wir gekriegt? Uh! Anglerichse. Ah ja. Und? Okay. Okay. Wen haben wir jetzt neu? Ihn hier. Wir möchten trotzdem mit ihm spielen. Und wir hätten auf jeden Fall gerne diesen übelst geil aus. So, als Glider. Ja, nehmen wir noch den hier, finde ich irgendwie. So, wie sieht es denn eigentlich beim Battle Pass aus? Ah ja. High Five. Ah ja. Okay, next round. So, eine Runde machen wir noch. Dafür ist auf jeden Fall noch Zeit. Ich hab jetzt auch gar nicht geguckt, welcher Platz wir geboren sind. Ja, mui. Ist ja auch unwichtig. Mann. Na komm. Mach jetzt nicht diesen hier. Laut. Ah ja. Okay. So, wir fliegen da lang, ja. Na, ich würde tatsächlich einfach hier mal rum. Ich würde sagen, wir gehen hier runter. Wir gucken einfach mal. Willst du denn? Ach, einen cooleren Rucksack hätten wir uns da nehmen können. Okay. Danken wir uns erstmal. Die Frage ist, macht das Sinn, da runter zu gehen, weil da sind die jetzt über irgendwas? Hm. Ne, ich glaub, wir gehen tatsächlich hier runter. Ja. Da bei dem Eisberg. Beziehungsweise gehen wir da runter. Wir gehen dahinter. in der Hoffnung, dass man uns da in Ruhe lässt. So. Sind's eigene Knie geschossen? Ja, moin. Okay. Dann ist mal keiner mitzukommen. Okay, das heißt, wir können hier ganz entspannt auf den Turm landen. Erstmal alles snacken, was hier zu snacken ist. So. Nein! So, das nehmen wir mit. So, haben wir hier noch irgendwas cooles? Schoddy zumindest. Endlich mal ein Schlürfnis, Alter. Wir brauchen auch mal in Ruhe erstmal gönnen. Hopp. So, jetzt machen wir hier noch... So, was ist das denn hier eigentlich? Nicht, die Pumpkin ist da. Haponierer. Ah, ja. Genau. So. Wir brauchen mal den Big Nest Tringer mal noch schnell. So, weiter geht's. Dann nehme ich erst mal voll. So, auf jeden Fall nimm mal die mit. Dann habe ich... Nein. Die will ich nicht. Nein. Ah! Weg mit der Kacke hier. Ja. Ja, moin. Das nehmen wir natürlich mit. So, das nehmen wir auch mit. Oh, ja. Das nehmen wir definitiv mit. So, hier haben wir noch das. So, da ist die Nex-Kiste. Wäre gut, mit Pistolen wäre ich eh nicht so gut. Von daher können wir die auch hier liegen lassen. Hier haben wir noch Muni. Was haben wir hier noch? Holz, ja. So, von da sind wir gekommen. So, von... Wohin müssen wir denn? Ah ja. Wir müssen also eigentlich nur hier hin. Okay, das schaffen wir eigentlich. Dann haben wir noch Munitionskisten. Hier haben wir noch ein Schlürfnis. Einen kleinen. So, was haben wir hier? Hm, hm, hm. Haben wir nicht. Da vorne ist auch noch ein Dings. Hm, 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 hm. Das ist ja auch noch was Schickes. Bestimmt. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Aber ist die Frage gebrochen, wenn wir im Rocket Launch erstellen? Ja, ich glaube... Nehmen wir den Rocket Launcher statt dem Harponierer. So. Rudi, wir müssen los. So. So, jetzt ist es aber, ne? Bisschen Dali machen hier. Da drin liegt noch was, oder? Ich da noch was Schickes, was wir brauchen könnten vielleicht? Hm, nicht wirklich. Aber da liegt noch ein Bignis. Ja, komm. Nehmen wir ein Bignis. Das sind die kleinen Scheiße hier. Okay, da ist noch eine Falle. Das nehmen wir auch mit. Ah ja. Hey. Ey. Ne, ne, ne. So nicht. Hopp. Weg, die Sau. Oh, ne blaue Haar. Ja, die nehmen wir mit. So. Auf geht die Wellefahrt. Dum, 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 dum. Noch 38, wir haben noch nicht eingesehen. Außer beim Fliegen. Aber ansonsten sieht es sehr mau aus. Wir müssen hier nochmal kurz das hier tauschen. Ja, ich hätte schon gern noch eine grüne Schotty wenigstens. Oh, da kommt die Sohn. Brudi. So. Okay. Wir gehen mal da auf die kleine Insel, weil wir da noch nicht waren. Jawohl. Wir gehen mal da in das Häuslein rein noch. In der Hoffnung, dass man uns da in Ruhe lässt. Lazy Lake Insel. Ah ja. Oh, hier schießen sie schon wieder. Ist hier noch irgendwas? Oh, Bruder, hier ist noch eine Kiste, Alter. So, bauen wir doch mal schnell noch eine Treppe hin. Äh. So. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir müssen es schaffen, bis dahin zu kommen. Das wäre geil. Aber das ist noch übelst weiter Weg, ne? Äh. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Wenn wir es schaffen können, können wir es schon, ne? Okay. 25 verbleibende Spieler. Okay. Oh, der war besser als ich. Ja, moin. Ah! Was war das denn, ey? Mann! Kackes! Oh, wie schlecht ich auch geschossen hab, ey. Das ist zum Kotzen immer mit mir. Egal. Egal, Freunde. Das war mal wieder eine Runde Fortnite. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten, auch wenn ich mich wieder angestellt hab, wie der Mr. Oberpro. Ja. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da. Ich werde mal schauen, dass ich es wieder schaffe, wieder mehr und regelmäßig Videos zu bringen. Die kurze Pause oder die doch etwas längere Pause, jetzt glaube ich, von fast zwei Wochen. Äh. Tut mir, wie gesagt, ziemlich leid. Es waren einfach viele Dinge da, ähm, die anstanden. Ähm, ja, vielleicht gibt es das nächste Mal eine, ein kleines Duo, aber quasi mit einer anderen Spielweise. Ich muss mal nachfragen und, äh, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis dahin, bleibt geschmeidig.